Hey Leute und willkommen zurück zum Let's Play von Skyblock. Wir haben das letzte Mal hier wunderbar mit Bäumen hantiert und ich muss sagen, wenn ich mich hier so umguck, dann sieht die Map hier so langsam schon richtig, richtig cool aus. Ich komme gerade aus einer Aufnahme für mein Let's Fun für ein richtig actionreiches Spiel. Da ich nicht weiß, ob das jetzt schon hochgeladen ist, will ich euch nicht spoilern. Ihr könnt ja mal raten, aber es ist wirklich abgegangen wie sonst was. Boah, meine Fresse, hey. Okay, dagegen ist Skyblock wirklich Erholung. Da freut man sich doch tatsächlich, dass hier alles gerade so ruhig und gediegen daher geht. Auch wenn ich wirklich sagen muss, dass es langsam schon fast ein Stress ist, so viel zum Thema Skyblock zu produzieren. Ich meine, das macht mir hier unendlich Spaß, Skyblock zu zocken, sonst würde ich es ja nicht machen. Aber wow, also jeden Tag ein Skyblock-Video rauszubringen, bedeutet eine so mächtig hohe Anzahl an Videos aufzunehmen, das ist nicht schlecht. Ich habe jetzt auch mal rausgefunden, wie dieser Mod heißt, mit dem ich die Bäume komplett abbauen kann. Den werde ich dann wahrscheinlich ab der 1.5 von Minecraft oder sowas implementieren. Oder ich lade mir einfach irgendwann mal so runter. Also ich habe momentan nicht die Motivation, den zu wechseln, weil es sind zwar nur ein paar Klicks, aber Skate ist faul und Skate nimmt dann doch lieber auf. Was mir nämlich auch so in letzter Zeit so extrem auffällt, ist die Tatsache, wie viele PNs ich momentan bekomme. Das ist wow. Also seit meinem neuen Kanal-Konzept, ich weiß nicht warum, aber die hat sich nicht verdoppelt, die Zahl, die hat sich vervier- bis verfünffacht. Und das ist wirklich eine Wucht, wenn man dann auf einmal so richtig viele PNs bekommt, die man natürlich alle, sagen wir mal, beantworten will, solange sie einen zusammenhängenden Sinn ergeben und beantwortenswert sind. Nicht beantwortenswert sind nach wie vor die Fragen, wie heißt dein Headset, mit was nimmst du auf und, ach, keine Ahnung, ihr kennt das. So ganz, ganz, es gibt ganz, ganz viele von dieser Sorte. Ja, wie machen wir heute weiter mit viel Magic, denke ich. Jetzt haben wir den nächsten Baum gewachsen. Hey, die lassen mir ja auch keine Ruhe. Scheiße auf die Saplings, die brauchen wir jetzt eh nicht mehr. Zack, zack, zack. Also so eine Baumfarm, die bringt es einfach brutal. Melonen können wir auch noch gleich abbauen. Und da hinten, hm, nicht schlecht. Also gegen das Skelett hätte ich gar nichts. Spinnen können wir auch nach wie vor gut gebrauchen. Weil ich meine, Spinnen, irgendwann können wir uns vielleicht sogar ein Bett bauen und sind nicht mehr so nachtabhängig. Gott, wäre das schön, hey. Ein Bett. Mann, Mann, Mann. Ich meine, wie lange zocken wir jetzt hier? Das ist jetzt Part. Ich habe keine Ahnung, wie viel Part. Ich wollte doch die Sits nicht mehr abbauen, verdammt. Mann. Sepplings. Das ist jetzt Part ungefähr. Boah, ich weiß das gar nicht. Part Nummer, Nummer, Nummer. Sagen wir Nummer 95. Auch wenn es erst um die zwischen, irgendwas zwischen 20 und 40 ist. Keine Ahnung. Keinerlei Überblick mehr darüber. Und, ähm, ich meine, wir haben noch kein einziges Mal geschlafen. Das ist eigentlich absurd. Also normalerweise hätten wir schon längst sterben müssen. Ein Glück, dass Minecraft so total irreal ist. Und eigentlich auch mit normalen Leben gar nichts zu tun hat. Auch wenn man natürlich hier sagen muss, im Adventure-Update hat sich da schon einiges getan. Also, zum Beispiel mit Hunger und so weiter. Das ist schon alles näher ans reale Leben gegangen. Aber, letztlich, hallo. Versteht das echte Leben aus Blöcken? Ne. Auch wenn es echt coole Sachen gibt. Zum Beispiel so blockartige. Dass einfach mal Leute sich so ein riesen, aus Pappmaschee so einen riesigen Grasblock zum Beispiel gebaut haben. Und denen ihre Wohnung stellen oder sowas. Wo man jetzt von normalen Menschen, sage ich mal, als Nord abgestempelt wird. Wie sehe ich denn eigentlich aus? Ich hätte mich vielleicht mal auf die Kamera checken sollen. Nicht vom Aussehen, sondern von der Beleuchtung. Aber das passt soweit alles. Wo man einfach mal von echten Menschen, echten Menschen, anderen Menschen als Nerd abgestempelt wird. Aber es gibt so coole Sachen, was man so machen kann. In Richtung Minecraft, so irgendwelche Blöcke oder ich habe auch mal einen Creeper gebastelt oder so. Also, das ist einfach cool. Da kann man schöne, schöne Sachen bauen. Ist auch immer toll zu verschenken. Zum Beispiel, was weiß ich, wenn ich jetzt für jedenfalls ein Paket machen würde. Habe ich ja schon mal bekommen, auch von Zuschauerpaketen. Ich habe leider kein Postfach. Hin und wieder kommt jetzt inzwischen auch die Frage. Solange das nicht notwendig ist, werde ich mir da auch keins machen. Weil es wäre jetzt für mich wahrscheinlich nicht mehr Arbeit. Aber es ist auch was, das man machen muss. Und Sachen, die man machen muss, sind aus Prinzip böse und tödlich. Ja, definitiv. Tödlich. Gut, ja. Wie machen wir weiter? Wir lassen drei Steine hier. Provisorisch natürlich zweimal drei Steine. Weil wir wissen, dass wir es eh wieder verkacken werden. Und dann können wir uns erstmal auf den Weg machen. Sehr cool. Wir müssen noch ein bisschen was essen. Ein Glück, dass wir Melonen ohne Ende haben. Das ist wirklich, also... Alter, nicht dein Ernst. Wie konntest denn du bitte da hinten spawnen? Spawn. Creeper, ich finde es nicht lustig. Weil wenn er dann auf meine Plattform geht. Oh ja, also wenn ihr da hinten alle so drauf geht, hey, da bin ich aber happy. Creeper, was fällt dir eigentlich ein? Was ist bei dem los, dass der da hinten spawnt? Das kann der eigentlich gar nicht. Na ja, gut, dann machen wir jetzt was anderes. Dann nehmen wir uns mal mein Schwert in die Hand. Take the Schwert to the hand. Hoffen, dass unser Creeper da hinten noch ein bisschen länger bleibt. Und begeben uns mal in Richtung Mobs. Weil was da alles so rumvegetiert, das könnte mir erheblich den Tag versüßen. So, wir sind nah genug dran, dass wahrscheinlich nichts mehr despawnen wird. Wir bleiben uns hier stehen und gucken zu, wie das eine oder andere vielleicht sogar anfängt zu brennen. Der Creeper ist runtergefallen, das ist perfekt. Wir können uns mal zeigen. Also zwei Spinnen geben auf jeden Fall gut Faden. Faden, die nicht gebrauchen können für meine Wolle. Auf den Zombie scheiße ich, also den brauche ich nicht. Aber das Skelett wäre auch hübsch. Wir müssen nur anfangen, bis die definitiv brennen. Weil gegen die habe ich momentan nicht genug Chancen, sage ich mal. Und bitte nicht einfach runterfallen, so wie letztes Mal. Danke. Geht natürlich für mich auch. Wir hatten jetzt die beide hier angefangen haben zu brennen. Dann gehen wir rüber und versuchen mal ein bisschen was abzugreifen. Nein, nicht runter. Sehr schön. Der Pfeil ist zwar gedroppt. Eui, eui, eui. Genau das wollte ich. Nichts. Nein, bleib da. Auch nichts. Und hier auch, weißt du, wir haben jetzt hier zwei Rotten Flesh. Und, boah, unsere Insel sieht nicht so schön so cool aus. Zwei Rotten, ui. Hallo. Zwei Rotten Flesh. Und ansonsten haben wir überhaupt nichts bekommen von zwei Spinnen und einem Skelett. Wie viel Unglück muss man denn haben? Muss ich mich mal wieder von einem Skelett töten lassen, oder was? Aber das ist ja wirklich schon, das ist ja gar nichts, Mann. Dafür ist unser Creeper noch da, oder was? Nicht mehr. Oder versteckt er sich hinterm Baum. Naja, immerhin unser Creeper ist weg. Ach, komm schon. Also wirklich. Ich brauche zwölf Fäden für mein Bett, nehme ich an, oder? Vier durch, ja, ist vier. Wir haben gerade mal zwei. Mann, oh. Kann man auch nicht arbeiten. Dafür ist mein Schwert schon wieder bald kaputt. Also das war wirklich, das war eine Enttäuschung dieser Nacht. Halt, stopp. So, so. Ich finde das auch blöd, dass es immer von rechts eingereiht ist. Es sollte immer den linkesten Platz erwähnen. Ah, guck mal, hier können wir nochmal Erde abbauen. Sehr schön. Bringt also doch was hier. Guck mal. Zack. Vielleicht gewinnen wir ja irgendwoher mal eine Silk Touch Spitzhacke. Dann können wir die dafür verwenden. Okay. Also, jetzt gilt es, diesen Baum hier noch schnell mitzunehmen. Danke. Diese Melone da hinten noch schnell mitzunehmen. Da haben wir nämlich gleich unsere Grundversorgung für die nächsten paar Minuten. Oh ja, und Grundversorgung hat das Spiel diesmal wörtlich genommen. Und dann können wir endlich nach acht Minuten, ich meine, meine Fresse, ich bin schon acht Minuten drauf und habe noch gar nichts gebaut, endlich mal anfangen, hier weiterzubauen. Also, das wird unsere Farm. Dementsprechend soll sie auch aussehen. So. Also. Das ist der Grenzstein. Genau, okay, dann geht es hier los. Wir gehen eins nach Leidang und eins nach... So, wir machen wieder hier einen auf vier mal vier. Wir werden das wahrscheinlich so ähnlich bauen wie da drüben auch. Vielleicht ein bisschen länger gezogen. So, weil wir müssen das natürlich auch großteils mit Gras abdecken. Das heißt, allzu groß darf ich das auch gar nicht machen. Das wird nur eine ganz kleine Farm werden. So, das reicht auch schon. Ja, ich denke, drei werden hier passen. Zack, zack. Oh ja, das ist schon fast zu groß hier, was ich gerade baue. Aber dürfte noch passen. So, zwei hier, zwei da raus. Okay, also muss ich hier noch hin. Passt das jetzt oder schiele ich? Nee, passt. Und von hier geht es dann eins hier. Ja, und dann hier so. Ich muss mich gerade extrem konzentrieren, damit ich hier keine Scheiße baue. Also nehmt mir das nicht zu übel. Na, guck mal. Und dann, wenn wir jetzt hier noch hier und hier, dann passt das Ganze auch. Dann müssten wir nämlich, wenn ich jetzt hier ein und hier, dann werden wir hier rauskommen. Und wenn ich jetzt hier gucke, das passt perfekt. Ja, sehr schön. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nirgends verbaut, weil es kann auch sein, dass ich wieder... Oh, geilen Apfel. Dass ich wieder irgendwo Scheiße gebaut habe. Aber ich denke, das müsste so passen. Komm, Gras, breite dich aus. Das breitet sich auch immer schön weiter aus. Das ist sehr cool. Okay, mir lohnt ein Stückle und wir brauchen neun Stein. Diesmal aber nicht allzu viel. Also ich denke, dass wir jetzt nicht mehr wie die letzten Parts wirklich hier 90% unserer Zeit... Was machen meine Haare wieder, Alter? 90% der Zeit hier rumsitzen und Steine abbauen. Und das ist nun mal so ein Nachteil von Skyblock. Ich habe jetzt auch irgendwie die letzten 10.000, 100.000, Millionen Parts gesagt. Komm, ich baue mal hier Offscreen Cobblestone ab. Habe es dann aber doch immer verpennt, weil ich habe sehr wenig Zeit. Und ich benutze sehr viel von dieser sehr wenigen Zeit für YouTube. Und da habe ich jetzt auch noch Zeit hier Offscreen Cobblestone zu... Ne, das geht nicht. Also wenn ich was mache hier an Zocken, außer es ist irgendwas, das ich gerade nebenher mache, dann ist es auch schon wieder knapp von der Zeit. Meistens wird da draußen nichts. Dann bin ich eigentlich... Also wenn ich zocke, dann nehme ich das auf, damit ich was zum Hochladen habe. So ist es inzwischen tatsächlich geworden. Weil ich einfach... Ich habe da keine Zeit mehr dazu. Das geht nicht. Ich kann mir das nicht leisten. Das ist natürlich ein bisschen raurig, aber ist andererseits auch wieder positiv, weil... Sagen wir mal so, hier 90% von dem, was ich im Spiel bin, landet auf YouTube. Und das seht dann ihr. Also ist das auch relativ cool, finde ich. Und übrigens 90% von dem Cobblestone, den ich abbaue, der landet in der Lava. Habe ich zumindest gerade das Gefühl. So, 20 Steine müssen reichen. Vor allem, weil hier noch ein bisschen was rumliegt. Na, guck mal. Ich erinnere mich immer noch an den Tag, als ich hier irgendwie 10 Steine hatte oder sowas und dann einmal dahinter gelatscht bin und dann auf einmal 57 oder sowas hatte. Also irgendwie, das ging da nicht mit rechten Dingen zu. Und ist das symmetrisch? Haja, symmetrisch, like Boss. Oder? Doch, scheint mir sogar so. Haben wir mal... Also das hätte ich jetzt von mir selber nicht geglaubt, dass ich es schaffe, hier sowas symmetrisch hinzubauen. Aber das ist ja wirklich wow. So viel Vertrauen hätte ich jetzt in mich selber gar nicht gehabt. Aber sehr schön, dass es funktioniert hat. Freut mich sehr. Dann müssen wir uns jetzt nur noch Gedanken machen, dass wir das auch alles mit Erde aus... Aber das wird dann relativ cool. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das Ganze was bringt. Das ist ja noch schöner. Es kann auch sein, dass wir uns hier gerade ein bisschen verlorene Liebesmy machen. Dass ich Unrecht behalten hat und dass da gar nichts spawnen wird. Tatsache ist, dass die Wahrscheinlichkeit, dass da überhaupt was spawnen, gleich Null ist. Tatsache ist aber auch, dass falls da was spawnen sollte, dass die Wahrscheinlichkeit nicht schlecht steht, dass... Ähm, oh, da fällt mir gerade noch was ein. Fuck it, Alter. Das muss ich sofort nachgucken, bevor ich nur einen Kabelstone abbau. Es könnte sein, dass wir einen erheblichen Fehler gemacht haben. Bitte, bitte, bitte. Oh, ey. Guckt mal hier das Bio-Me an. Plains. Wäre das hier nicht Plains... Wäre die Wahrscheinlichkeit gleich Null. Also noch mehr gleich Null, dass hier nichts spawnen. Boah, ey. Ein Glück, dass das Plains ist, ey. Das ist die... In Plains spawnen die meisten Viecher. Boah. Haben wir richtig Lack gehabt, ey. Ich meine, ich habe die Welt ja, ähm, das Tutorial müsste jetzt schon hochgeladen sein. Ich nehme ja sehr viel im Voraus auf, damit ich das einfach hinkriege zeitlich. Ähm, in Plains, ähm, nee, andersrum. Ich habe ja hier den Seed von dieser Map so verändert, dass wir wieder im Sommer sind. Und, ähm, glücklicherweise ist jetzt da hinten bei diesem Seed, den ich gewählt habe, sind wir gerade übrigens im Fluss, ist da hinten ganz normale Plains, also ganz normale Wiese. Und deswegen könnten da vielleicht sogar tatsächlich Viecher spawnen, wenn da hinten jetzt irgendwie Sand gewesen wäre, oder so Wüste, oder Big Hills oder sowas, wäre die Wahrscheinlichkeit sehr viel geringer. Zum Beispiel, wenn man an mein Minecraft Let's Play denkt. Da habe ich ja auch, ähm, sehr viel Viecher auf dieser Plains-Ebene hinter meiner Hütte. Also im Moment, meiner Scheune. Und das ist letztlich auch dasselbe, was man hier beobachten können wird, hoffe ich jedenfalls. Das ist letztlich momentan einfach nur hoffen, dass ich es irgendwie hinkriege. Dass da irgendwas drauf spawnt. Und natürlich brauchen wir dafür das Gras, das wir jetzt gerade ja schon seit mehreren Parts hier rüberführen. Ich muss schon sagen, es ist schon ein bisschen so ein Stress. Jeden Tag Skyblock, das ist wirklich viel zum Aufnehmen. Wirklich die Hälfte von dem, was ich pro Woche aufnehme, ist Skyblock. Und, äh, ich freue mich auch schon, wenn es nach Weihnachten etwas wieder geruhiger wird. Aber ich will, dass ich habe gesagt, das ist mein Dezember-Projekt. Das heißt, ich werde hier hingehen und werde das durchziehen. Irgendwann wird es mich töten, aber momentan ziehe ich das durch, wie ich es gesagt habe. Okay, wir brauchen noch Awesome 7 Stein. Ich hoffe mal, das packt unsere Spitzhacke gerade noch. Ah, könnte passen. Oh Gott, oh Gott, das wird knapp. Ich glaube, wir kriegen 6. Okay, also den habe ich nicht mitgezählt. Oh, komm. Sei Awesome. Noch einen. Komm schon. Ja, ja, boah. Da haben wir einmal Glück gehabt in unserem Leben, dass wir hier einmal wirklich genau die Anzahl bekommen haben, die wir brauchen. Jetzt haben wir leider auch keinen Stein mit Spitzhack mehr, aber wir haben genau das, was wir brauchen. Jetzt bloß nicht versetzen, du. Zack, 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 zack.